Also diese Welt entsteht gerade an so vielen Orten, auch als ich auf Weltreise war, überall auf der Welt siehst du Permakulturfarmen und Bio-Organik-Geschichten und vegane Restaurants. Und es passiert so, so viel. Nur weil wir in den Medien nichts wahrnehmen, was kein Zufall ist, heißt es nicht, dass es nicht existiert. Und da draußen existiert so viel Wundervolles und diese neue Welt kreiert sich gerade auf so einer wundervollen, sehr stillen, sehr sanften und noch fast unscheinbar wirkenden Art. Und dennoch wird sie immer größer und lässt sie auf keinen Fall aufhalten, weil Liebe ist die größte Energie in diesem Universum und deswegen wird es sich weiter entfalten. Und das eben ohne Anklage, ohne laut zu sein, ohne kriegerisch-hetzerisch zu sein, ganz sanft und liebevoll. Und so entsteht sie eben, diese neue Welt. Und das liebe ich zu beobachten. Und das liebe ich zu beobachten.